hallo und herzlich willkommen zurück hier zum tiefen rausch debster spiel taucher gegen haie bei den chaos aussie srp ich starte ja mal schön als haie durch nice und erobert und der peti sind taucher dann malzeit ja moin moin guten tag gute nacht wann auch immer guten abend guten abend gute nacht mit rosen bedacht zwei dummer ein gedanke was ist denn das für ein level ein level das kann ich noch gar nicht das kennste das haben wir schon mehrfach gemacht das mit dem mit dem flugzeug dass er direkt vor euch ist was für ein flugzeug das direkt vor euch ist nein das meine ich nicht das andere meinst jetzt das abgestürzte direkt was man zerstören kann ja das eigentlich eigentlich einfach nur haie töten und klappe halten der mache ich ja aber ich kenne jetzt wirklich das level das würde mir bekannt vorkommen chlalana night leSU es aber gläub citizens trotz quedt ganz gut ist sie Fälle gemacht für die erste runde dafür dass ich kaum Fähigkeit habe Ah, das ist wieder so ein scheiß Pad. Ich höre es schon. Da hat mich voll der T-Shirt erwischt. Clay, du Hai-Töter, du. Das hast du jetzt schön gesagt. Ich glaube, ich aktiviere gleich schon mal die Hai-Rezeption. Dann kann ich durchs Pad den Angriff besser planen. Öhn, dass du uns das verrätst. Ja. Was redest du? Wir können die Gedanken des Haißlesen. Ah, der will jetzt was und das machen. Scheiß Pad, ey. Die Dinger gehen hier so auf den Sack. Die sind so extrem overpowered. Deine Fähigkeit ist es nicht. Du, meine Fähigkeit hält für ein paar Sekunden. Das Pad hält dauerhaft instant auf einen drauf zu. Es hält nicht dauerhaft, aber egal. Autsch. Wow. Er hat diese scheiße Mine gelegt, Alter. Robert. Oh Mann, ey. Das war ich nicht. Ja, doch warst du es. Nein. Deine Mine hat gerade alles von euch kaputt gemacht. Ja, genial. Das kann nicht sein. Erwischt. Erwischt. Ja, ja. Dü, 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 dü. So. Ein bisschen schneller da. Ach, komm schon. Verdammtes Pad. Kannst du nicht ein bisschen schneller reagieren? Erwischt. Ja, keine Energie mehr gehabt. Ja, hab ich gemerkt. Hab ich dir rauscht? Ey, da will ich jetzt einmal einen Schatz einsammeln. Mann. Ich bin da nicht in Ordnung. Alter. Alter, der Arschloch, der verfolgt mich. Oh, Clay. Hier mit seiner Drecksbonzenknarre. Das ist ein aktiver Jäger, der gefällt mir. Ah, der schweiß Pad. Wie düns hier. Hast du das jetzt echt mitgenommen? Was? Wo ist das? Das Pad hab ich kaputt gemacht. Weißt du. Nicht in Ordnung. Muss ich leg's mal woanders platzieren. Ich hab dafür ein gutes Geld ausgegeben, Mensch. Das ist mir sowas von egal. Das sollte dir aber nicht egal sein als Freund. Wir sind Feinde, keine Freunde. Okay. Hey, das ist das Dreckspad. Ohne Scheiß, die Dinger sind echt scheiße. Ja, ja. Da kann ich auch ohne Fähigkeit reingehen. Das Pad sieht mich, markiert mich trotz Fähigkeit und schießt instant auf mich. Da könnte ich ohne Fähigkeit reintauchen. Hat genau denselben Effekt. Der meckert grad wie ein kleines Kind. Gefällt mir. Ja, das ist richtig. Nur weil er grad am verlieren ist. Gefällt mir. Nein, du. Mir geht's einfach bloß darum, weil es wirklich extrem böse overpowered ist, dieses Dreckspad. Gefällt mir. Gefällt mir. Mecker weiter. Gefällt mir. Ich mecker weiter, weil ihr euch jetzt die ganze Zeit hier rumwichst. Ich weiß auch schon, wie wir diese Folge nennen. Die Rage-Folge des Darn. Den Namen hättest du auf jeden Fall verdient. Ach, Quark mit Soße. Ich bin dann die Folge. Nenn ich sie unfaire Programmierer oder irgendwie so ein Scheiß. Aber das ist ein gutes Spiel. Vergesst das nicht. Na, das Spiel ist gut, ja. Geht weg, 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 geht weg. Ich meine, wenn das Pad wenigstens mit Verzögerung reagieren würde, wäre es ja wenigstens okay. Bei mir reagiert es Andorn mit Verzögerung. Mich sieht das Ding instant und schießt auf mich. Egal, was ich mache. Dann habe ich anscheinend ein falsches Pad. Oh, ich bin ein Schildverderber. We are taking the next level. Oh, King Boo. Arschloch. Kann mir sagen. Ein Arschloch. Oh! Oh, fuck. Scheiß Bot. Finde ich nicht in Ordnung. Mann! Alter, Pad, hör auf. Ein Pad. Mach weiter, Pad, mach weiter. Ah. Da komm her, du. Leit, geh weg. Ja, zwei, high auf mich, ist klar. Ist es her. Nicht mit mir. Wo bin ich denn bitte? Nein! So. Ja, so wie dazu. Jetzt weiß ich, wo ich war. Ah, nicht. Was, das hat nichts gebracht? Ja, das ist einfach unfair mit dem Bot. Ich will so nicht. Ich habe den mit der großen Harpune abgeschossen. Ist, glaube ich, auch ein weißer Heil, mein Freund. Der weiße Heil hält zwei große Harpunen aus. Das ist ein Hammer-Heil, aber egal. Das war ein Hammer-Heil, okay. Das war ein hammermäßiger Heil. Ey, das ist doch nicht wahr. Okay. Touché. Recht eng. Die paar Team. Äh, nur wegen dem Scheiß-Bot. Steht ja schon längst vorbei. Nein, der einzige Unterschied ist, ich habe keine Pets mehr. Au. Er hat so einen Donnerd, wie eine Mine gelegt. Kann nur ein Robert gewesen sein. Nein, die habe ich da diesmal nicht angelegt. Nein, 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 nein. Ein Glück, ich komme zurück, da kann ich ein Pets entlegen. Oh, Daniel. Komm doch her. wir warten hier wartet schönes menschenfleisch auf dich wir warten auf dich die frage ist wohl wer hier auf wen wartet robert ach ja komm ja auf der entfernung ihr könntet könntet wenigstens so schlau sein und gleich hinter steve her machen ne ist das ungünstig du bist alleine wenn die beide bei steve sind und du greifst auch mal einen von den ok den guten schützen habe ich dass wir es noch verlieren er ja er wusste der andere muss rauskommen ich habe es geschafft ja nur wegen dem bot er freut sich dass er mit hilfe des bords gewonnen hat was hatten du was hatten der bot gemacht alles auf jeden fall ich habe 24 kills ich habe 24 kills vom 35 tickets patty 34 warum bin ich raus der bot hat fassen wir mal zusammen der andere hat vier kills gemacht kommen auf 28 der bot hat sechs kills nur gemacht ja der bot hat das massiv abgelenkt das ist das problem das doch nicht ablenken es war ein fucking hammer hai hallo wie viele schüsse brauchten die haben der tot zu sein das war ein hammer mäßiger hai es war ein hammer mäßiger hai das weißt du wie es uns geht patty richtig genau so ne mit bots ist scheiße und wir warten mal wieder auf die leiter der lobby ja tun wir ein neues level schaffen wir jetzt sowieso nicht mehr ein neues spiel sagen wir jetzt einfach mal an der stelle schön dass ihr mit dabei war teilt dieses video likt es abonniert uns das nicht vergessen damit zeigt ihr uns dass wir hier schöne arbeit machen und es euch spaß macht was wir hier tun bei 100 abonnenten gibt es einen tollen 24 stunden live stream mal gucken ob wir es bis dahin schon erreicht haben glaube ich nicht deswegen erwähne ich es jetzt einfach mal so an der stelle also schön fleißig unten den teilbutton hauen bis eure tastatur kaputt ist und besser nicht das war das letzte video was wir geliked haben stimmt dann was könnten ihr kaputt hauen dann 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 nee das ist auch ungünstig damit müssen sie unser video anklicken also teilt unser video nehmt euch irgendwas in der hand und kaputt haut das kaputt was nicht mit euren computer zu tun hat und auch nicht mit euren händen weil die braucht ihr ja ne spaß bei seite schön dass ihr mit dabei war dass bis zum nächsten mal tschüss